hallo und herzlich willkommen zum neuen video wie es schon vom sound zumindest gehört hat dreht sich um die bahn das war gerade ein ICE der durch den bahnhof mit Hersfield durchgerollt ist ich filme aber heute hier den Rundrekenalexpress 4547 nach Frankfurt mein Hauptbahnhof wie so ist dürft gerne die Facebookseite hessenticketfreunde link findet ihr in der Beschreibung anklicken abonnieren beiträge schreiben ansonsten hier auf youtube oder wird die kanal abonnieren wenn noch nicht geschehen und auch ein Like da lassen wie gesagt hier kommt der r50 bzw 4547 ist auch vorne angeschrieben fällt noch keiner mit über bellenhausen ursprünglich wollte ich den ICE vor anderthalb stunden einfach filmen aber das hat nicht so geklappt dann wurde Verspätung angekündigt und nun bin ich verspät los also es wurde mehrfach mehrmals Verspätung angezeigt aber ich kurz weg dann bin ich wieder hier zum bahnhof sorgt dann noch ein video in ICE das hier ist die easypick das hier ist die easypick den rauf der Holzen so wie gesagt lasst ein Läge da aboniert den Kanal Nein. Ich kann wieder sehen, was ich gemeint habe. Das schiehe ich jetzt schnell vor. Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Link ist dann in der Beschreibung. Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen.